Hallihallo, willkommen zu Lochen, Tackern, Abheften. Ich habe etwas vorbereitet für euch und zwar habe ich ein Weihnachtslied auf einem Locher, einem Tacker und einem Leitzordner nachgespielt und ihr müsst raten, um was für ein Weihnachtslied es sich dabei handelt. Seid ihr bereit? Ich spiele euch das jetzt mal ein. Ich spiele euch das jetzt mal. Na, habt ihr es erkannt? Ich spiele es nochmal, Moment. 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 nicht so schwer, oder? Ich hoffe, ihr habt es alle rausbekommen. Ich werde es... Ach doch, ich löse es jetzt auf. Es war natürlich Ihr Kinderlein Komet. Na dann, bis morgen.